Made in Salzburg Im Bereich Spezialmaschinenbau haben sich einige Salzburger Unternehmen seit langer Zeit einen guten Namen gemacht. Also wir sind ein Familienunternehmen in der zweiten Generation. Mein Vater hat das Unternehmen vor 34 Jahren gegründet und wir produzieren Anbauwerkzeuge für Hydraulikbagger. Wir machen diesen Lebenslauf komplett durch von der Entwicklung zum Rohstoff bis hin zum intelligenten Produkt. Zum Beispiel mit unserem Tunnelvortriebsbagger. Dieser Bagger ist konzipiert für kleine Querschnitte und erschließt damit eine wichtige Nische im Tunnelbau. Ein anderes Gerät, was wir entwickelt haben, ist dieses Reinbohrgerät, was das Bohren und Spalten in einem kombinieren kann. Das Entscheidende für den Standort Salzburg ist, sich in eine Marktnische zu fokussieren, innovativ zu sein und Top-Qualität zu liefern.